hallo und herzlich willkommen liebe leute zu einer neuen kanalvorstellung heute der kanal let's robbie ja ich bin gerade auf der übersicht seite ihr seht schon sehr belebt hier sieht doch richtig toll aus hier oben haben wir das banner let's robbie live normal geil 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 sieht sehr sehr gut aus gefällt mir sehr schön und hier auch minecraft und hier neben die figur und hier oben haben wir noch mal ein avatar ein lächelnder mit daumen hoch sauber ja dann gehen wir mal an die kanal info und dann würde ich sagen schauen wir mal was uns hier warten da haben wir 35 abonnenten 971 aufrufe beitritt am 14 10 2014 ist ja auch noch nicht so lange dabei beschreibung gaming aus spaß und leidenschaft leute schön dass ihr es hierher geschafft hat ich bin ein mittelklasse spieler und teile mit euch meine freude am spielen und den bis zu zehn prozent skill und erfahrung was wir spiele minecraft desi cs projekte minecraft minigames desi stand alone commentaries wie viele videos 1 bis 2 videos pro woche dann kommen sie montags mittwochs oder freitags von wem ist die hintergrundmusik kst beats papa floey papa voey pfjot papa pfjot ok ich hoffe wir sehen uns im nächsten video wenn ihr mich unterstützen wollt zeigt ihr zeigt das mit einem like kommentar oder sogar ein abo paris athen auf wiedersehen euer let's robbie sauber dann haben wir hier details land deutschland links unterstützt mich twitch google plus twitter instagram ja sauber auf jeden fall eine coole sache und dann würde ich sagen schauen wir mal die playlists rein und da haben wir dann minecraft revo meine meine top meine meinung zu live commentaries team commentaries daisy stand alone minecraft minigames montagen minecraft 1 vs 1 pvp minecraft survival games sonstiges commentaries haben wir noch mal unterordnen commentaries und minecraft direkt sehr schön haben wir videos sagen wir mal rein ihr seht schon vor drei tagen fünf tagen eine woche eine woche zwei wochen drei wochen ein monat also es wird hier ordentlich auch hochgeladen die thumbnails sind richtig schön sieht sehr schön aus alles sehr bunt sehr belebt man merkt schon gibt sich mühe hier sieht sehr toll aus gefällt mir sehr und die haben wir die ganzen videos sehr sehr schön gehen wir auf die übersicht seite da würde ich dann auch vorschlagen dass wir uns den geilen kanal dweller mal ein bisschen angucken schön auch sehr 60 fps richtig toll tun alles stimmt dann haben wir gehen um alles durch blieb die videos ganz oben das blieb ist die 105 aufrufe einer woche sehr schön und dann haben wir alle videos direkt hier sieht man immer was aktuell hochgeladen wurde vor drei tagen hat es kam das raus hier wer hat den last kill 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 dann haben wir kommentaries minecraft und eigene playlist da könnt ihr direkt auf die zu playlisten zugreifen auch da gar nicht erst auf playlist gehen könnt ihr direkt von hier drauf zugreifen gut dann würde ich sagen wir mal auf und dann würde ich sagen film ab ich dachte ich kann abkürzen ich dachte ich kann abkürzen oder bist du der typ wahrscheinlich ich meine sich schneidet in der weg ab Ok, das ist Action, das ist Action. Ja, schneid die nach, schneid die nach. Ja, ja. Ja, Mann! Ah, ah! Barm, Alter, hast du gewonnen? Nein, da ist noch jemand. Nein, guck in den Chat, der Tobi hat gewonnen. Bam, Junge! GG. Du stehst 5 zu 1. Ok, Drohne ist draußen. Alter, komm, bist du so gut. Keine Ahnung. Ich werde wieder gesniped. Ok, Alter, ist Pause. Alter, ich brauche sehr, sehr geil, muss ich sagen. Gefällt mir sehr gut, der Kanal-Tweller. Auch die Musik ist sehr schön. Gerade die so im Hintergrund laufen, das ist einfach episch. Hast du echt gut gemacht. Kann ich gar nichts anderes zu sagen. Und wenn ihr genau wissen wollt, oder wissen wollt, wie es noch weitergeht, liebe Leute, dann schaut hier unbedingt rein. Es lohnt sich auf jeden Fall. Ja, die Übersichtsseite sind wir ja schon so durchgegangen, soweit. Da war ja alles richtig schön. Können wir noch mal kurz auf Kanäle gucken. Da haben wir dann noch angesagte Kanäle. Wahrscheinlich Freunde. Sieht man schon hier. Ein paar größere vielleicht sogar noch dabei. Ja. Und natürlich hier wahrscheinlich denke ich mal Kumpel. Diskussion. Was haben wir hier so? Nur nix. Okay, ist auch nicht schlimm. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, schaut auf jeden Fall mal hier rein. Unterstützt die Jungs ein bisschen bei den Abonnenten 35. Da könnt ihr auf jeden Fall noch mehr rausholen, wenn es euch gefällt hier. Und ich bin mir sicher, hier sind bestimmt so einige Sachen, die euch interessieren könnte. Minecraft zum Beispiel oder Kanalvorstellungen und Battlefield. Der hat auch jede Menge schöne Sachen hier. Könnt ihr doch einfach mal reinschauen. Und Kommentare ist auch sehr interessant. Wenn man lasst euch berieseln von der Musik und dann was die erzählen. Warum denn nicht? Gib den Daumen mir. Und Let's Robby kommt auch in meine Community, wenn du magst. Da kannst du auch Videos posten. Und ich werde natürlich den Link in die Beschreibung packen. Und vor allem natürlich den Kanal in die Beschreibung, liebe Leute. Da könnt ihr direkt von der Kanalvorstellung aus auf den Kanal klicken. Könnt euch mal selbst überzeugen. Einfach mal reinschnuppern, wie es euch gefällt. Und wenn es euch doch gefällt, dann unterstützt ihn. Finde ich immer eine ganz coole Sache. Und kann nicht gar nichts anderes zu sagen, als das auf jeden Fall läuft. Mach weiter so. Immer schön Videos raushauen. Und ich werde auf jeden Fall auch öfters mal reinschauen. Was mich denn hier wieder so Neues erwartet. Auf jeden Fall eine coole Sache. Ja, liebe Leute. Dann würde ich sagen, für heute machen wir dann Schicht im Schacht. Und wir sehen uns dann morgen wieder bei der nächsten Kanalvorstellung. Unterstützt ihr. Daumen hoch. Abos, wenn ihr wollt. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Euer Rivano. Ciao. Jaja. Täusper. Iya Von Tarifu. Und sen, wir sagen uns dann mal. Vielen Dank.